Moin Pyros und herzlich willkommen zu einem neuen Testvideo. Heute testen wir für euch die Blue Night Fire von Komet. Diese Batterie hat 21 Schuss und eine NEM von ca. 117 Gramm. Ich habe für diese Batterie 10 Euro hingelegt. Ich bin gespannt was die so drauf hat, da die ja vom Komet kommt. Meistens sind die Effekte nicht so gut und ja deswegen testen wir die erstmal für euch und wünschen euch dabei viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.